Hallo liebe Leute, Termine abmachen. Ein Einwand, der immer wieder kommt, der Kunde sagt, ich bin mit der Lösung, die ich habe, zufrieden. Und jetzt wäre eine ganz einfache Einwandbehandlung im ersten Schritt, den in einen Wunsch zu verwandeln. Zum Beispiel, aha, das heißt also, eine Änderung käme nur dann in Betracht, wenn das, was zufrieden ist, noch einmal verbessert werden könnte. Jetzt sehen Sie, genau aus diesem Grund lohnt sich der Termin, damit Sie es prüfen können, was passt Ihnen besser, dann oder dann. Was ich jetzt gemacht habe beim Wunsch verwandeln, dass ich die Antwort nicht abgewartet habe. Das können Sie machen, dass Sie abwarten und dann sagen, genau aus diesem Grund. Oder Sie können es so machen, wie ich es jetzt vorgeführt habe. Sie gehen davon aus, dass das Ja eher automatisch denkt und dann genau aus dem Grund. Und wichtig ist, dass Sie jetzt einfach wieder den Terminvorschlag am Schluss machen. Das ist ganz einfach. Das führt sehr schnell zu mehr Terminen. Und wenn es so einfach geht, machen Sie es doch einfach. Ihr Umberto Sachser und viel Spaß beim Umsetzen.